Du bist schön, oder? Komm rein! Komm rein! Komm nicht rein! Komm nicht rein! Komm nicht rein! Jetzt bin ich rausgekommen, wieso? Ja, was? Wäre noch schön zu wissen, wie lange es der Trank noch geht. Noch 6 Minuten. Warum schaffe ich das? Wenn ich jetzt so ins Feuer stehe, dann bist du überall durchsprinten. Das würde ich nicht machen. Vor allem bekommst du nicht ins Feuer rein. Ohne etwas abzubauen, meine ich. Aha, ja. Wie habt ihr denn das gemacht? Sind das alle Wullen? Was? Ja, es sind einfach Dinge. Unterhalb ist ein. Und wie heisst es? Oh, scheisse! Teppich. Hä? Man kann Teppich machen? Ich dachte, ich habe mir so... Ja, ne? Wir sind jetzt noch 6. Ja, sorry, hey. Hier ist schon 1.3. Ich bin schon da hinten rein. Ist ja voll verschirrt. Ich weiss nicht, was ihr für eine Distanz habt, aber dort oben ist das alte Elysium. Ja, das sehe ich noch ganz gut. Eben. Was ist das da oben? Das Krüppelwägel? Ja. Ich hörte mich mal. Wo ist denn deine Hütte? Ich dachte, was ist das Elysium? Er hat gesagt, wo wohnst du? Ja, da... Hä? Wo wohnst du? Ich? Ja. Ja, dort, wo wohnen wir. Ah ja. Ha! Dort, wo ich ein wenig scheisse gemacht habe. Dort, wo ich ein wenig geirrt habe. Danke für die Möhre, gell? Nein. Aber ich habe wieder angesetzt, ich habe wieder angesetzt. Ja, ja. Ist nicht so schlimm. Wir haben die Gärtnerin hier. Kreiseforte, etwa. Ja, so etwas in dieser Art, hm? Ey, wie lange nimmt man schon auf? Keine Ahnung. Mr. Crafter, komme ich jetzt auf YouTube? Eventuell? Nicht ganz. Wenn du dich benimmst? Selbst schon, Boily. Selbst schon, Boily. Scheisse. Ich weiss nicht, wie lange wir schon aufnehmen. Und hier oben hat der ganze Server mal angefangen. Der ganze Server? Ja. Also da war der erste Spam. Ah, komm. Dort, kein Scheissdreck. Gell. Wieso? Oh, geil! Oh, geil! Was ist das? Ja, wenn sie... Kannst du Rechtsklick machen, oder du zum anderen Ort zu bauen? Was? Mann, kein Glasdienst, Schatzi. Jetzt sitzt du dort und Rechtsklick macht. Kann man das? Also wenn du Rechtsklick machst... Ja, kann schon. So. Aber dann musst du mit dem Scheife ein bisschen auf Eipeln. Ja, nein. Sein sei. Sein sei. Ich hätte ja gerne einen Skin, aber ich habe keine Ahnung, wie das geht. Wo habe ich meinen Code? Minecraft.net. Nein, es gibt doch... Wie heisst es? Mein Skin oder so. Da konnte ich meinen so zusammenbasteln. Ja. Ja. Dann kannst du eigentlich aufs Kindex gehen, oder in den Häusern. Und dann kannst du... Soll ich's wagen? Aber jetzt jumpen. Ich arbeite! Ja, weniger. Wie tief ist der Boden? Ja, genug tief. Ich habe es überlebt. Ja, ist schon klar. Aber genau am Boden nachkommen. Ja, selbstverständlich. Aber äh... Wie hast du das jetzt gemacht? Ah, ich sag's schon. Du hattest nur Bank. Oh nein. Wie hast du das jetzt gemacht? Ja, das wäre es eigentlich sinnvoll. Was ist das? Also gehen wir mal zum Spahn. Gehen wir mal zum Spahn. Ja, der ist da durch. Ja, toll. Ja, super. Jetzt habe ich keine Russen. Ja, gehen wir rüber. Ja, nein. Hat jemand drei Lohren? Ja, natürlich. Warte, ich selber ein paar. Okay. Warte kurz. Cool Ding! Lauf doch einfach. Du hast deine Lohren. Du hast meine Zulberspruch, die du im Jack siehst. Du hast auch eine Zulberspruch. Hey, danke Lohren. Gell. Ein Mohren. Ja? Ein Lohren Mohren. Ein Mohren. Ja, auch. Merci für die zwei Mohren hier. Mein Zauber... Hoppla. Mein Zauber? Gerade mal verstehe. Mein Zauber-Hobla? Ja. Ja. Was seid ihr jetzt? Versteckt. Ohne. Also runtergelaufen. Aber... Das liegt. So findet ihr uns nicht. Ihr Schlawiner, du. Schlawiner. Halbstand halten. Brauchen. Ey, Lohren. Oh. Ganz ein harte sich. Ja. Du. Oh. Oh. Oder sind die leer? Die sind leer. Aha, ja. Super. Ihr seid gute Nahrungsspender. Echt alles leer. Ja, da hat... Ja, die Davoser wahrscheinlich mal wieder. Ja. Also... Ja, das habe ich nicht gesehen. Ah, mein Schweinli. Ach, das... Ich meinte, das sei ein Ding gewesen. Ach, das ist ein Schwein. Hat jemand eine geile Fischerrote? So habe ich... Ich bin auf dem gerettet. Leider nicht. Ja, du... Ja, mit denen kann man so gut gehen. Echt so Fischerrote vorneher. Schalala. Da habe ich mal angefangen. Bei dem Riesenteil. Wo? Hey, ich sehe dich nicht. Sorry. Da jetzt bei dem Melonen. Wo bist du? Da hinten. Beim Haus. Woher ist der andere hin? Ja. Scheisse. Warte, jetzt habe ich gerade schon eine Idee. Du hättest das hier. Hier funktioniert auch prächtig, oder? Ja, ja, nein. Ist doch mal irgendwie Creeper drin gelaufen, wo ich drin gestanden bin. Mach ich alles. Ah, boom. Los Schwein! Ah, danke für das Übere-Baggen. Ich kann mich mal jemanden rausbudeln. Wo? Ah, nirgends. Gut. Merci. So. Bühne. Ich habe nicht gemeint, ich schaffe es. Es hat Blöcke. Also du hast so Holzblöcke bekommen. Nein. Mach ich nicht. Wahrscheinlich lügen. So, jetzt hören wir Flecken da. Scheisse. Autsch. Ja, gut. Machen wir schnell eine Pause. Ja. Schnell Geseichen. Ja, vielleicht musst du noch etwas trinken. Mach einmal. Dann bis nachher. Schöne. Ciao. Jetzt essen, jetzt essen, jetzt essen. Was tut jetzt essen? Ja, wir haben... Ich habe nicht gesagt. Oh, es ist ein. Jetzt habe ich schon eins. Brauche ich noch mehr eins? Nein. Auf mich gering! Auf mich gering! Auf mich gering! Oh! Oh! Mann! Ich habe dich getroffen. Easy. Gut. Bis nachher. Schöne. Ciao. Hallo zusammen. Das ist wieder Didi von der Master Drunkins. Mit dabei ist immer noch der Crafty. Und wo ist er eigentlich? Der Mega. Mega! Ich bin schon wieder über am Zaun. Schon über am Zaun. Und der Ding ist gerade... Kommen wir gerade? Ja. Der Crafty ist gerade schnell... Scheisse. ...eine Parade mit einem Master rein, ob wir den Lohren haben können, ob wir den Urband cruisen können, ob wir schneller am Spawn sind. Aber ich werde jetzt hier... Ah, aber seid ihr da? Ich werde jetzt hier hoch. Also ich habe nicht wirklich viel... Du gehst jetzt hier hoch, aha. Wo sind wir? Keine Ahnung. Wo bist du? Wo bin ich? Ich bin hier oben wieder beim Turm. Ich bin da zu Wasser am hochklettern. Ja, man sieht's. Da bist du hier oben auf dem Turm, ich sehe dich also nicht. Ja, ich bin hier oben auf dem Turm. Ich bin hier oben auf dem Turm. Ich bin hier oben auf dem Turm. Ja, komm mit. Ja, komm mit. Ja, wenn du stirbst, ist es eigentlich nicht so schlimm. Entweder bist du gerade beim Spawn, was eigentlich besser ist, oder bist du dann nachher im Bett. Ja, ich habe dort vorne gerade ins Bett gelegen, da vorne. Eigentlich könnten wir ja laufen. Gib mir deine Hand! Ja, wir wollen ja zum Spawn laufen, also das ist ja kein Problem. Da schau! An der Tanke! Da kommst du gar nicht rauf, Didi. Nein, du sagst. Auf diese Idee wäre ich nicht. Doch da vorne. Ich habe eine Abkürzung gefunden. Scheisse. Ja, das bringt mir viel. Warte. Warte. Hast du gerade? Hast du gerade? Hast du gerade? Schau, ob die Aufnahme funktioniert. Ja, da musst du kommen. Ui, was war das? Scheisse auf das Haufen. Schau, da. War das der Maggie? Was bin ich? Ja, das ist Haufen da. Oh, Schaff. Lauf, lauf, lauf! Hier bei den Dings. Schau mal auf. Aha. Nein, da. Nein, da. Die Kugel. Was ist das? Ich sehe nur eine halbe Kugel. Ja, gehen wir mal. Ja, wie kommt man da rauf? Ja, da hinten. Lift. Ah, Lift. Komm, wir geh rauf. Keine Ahnung, wer es gemacht hätte. Also, ich habe das Gefühl, wir sterben, da müssen wir rauf gehen. Du darfst dich einfach nicht bewegen. Ey, lass mich da vor. Du musst schon etwas schauen. Ja, jetzt müssen wir warten auf die... Nein. Oh, Scheisse, Scheisse! Ich gehe noch nicht. Ah! Ah! Ah, er hat seine Uhr aufgespickt. Du bist doch mal oben. Du bist doch mal oben. Nein, noch nicht. Ah, hast du gerade oben? Ähm... Oh, Scheisse. Jetzt bin ich da oben. Ah, warte, 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 warte. Okay. Jetzt kannst du rauf rein. Uh! Ich schaue mal, ob sie eine Lore hat in diesen Kisten. Hat es hier oben eine Kiste mit Lore? Au, 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 au. Was, au, au, au? Was, au, au, au? Was, hier oben Kiste? Ah, Chief, Chief hat die Antworten gehabt. Also, klar. So, ich bin fast da oben. Ich bin da oben. Ah, Scheisse. Ich habe fast kein Leben mehr, muss ich hören. Achtung, Lava, geil. Hinter dir. Schaffe ich das? Hier oben zu gehen? Enops. Wer ist denn der Enops? Seid ihr oben? Ja, ja. Scheisse. Das schaffe ich auch hier oben. Ich spüre es. Scheisse, Scheisse. Oh, ich sollte mal wieder etwas essen. Scheisse ab ins Wasser. Ui. Komm jetzt, komm. Scheisse liegt schon wieder. Nein, nein, nein! Uh. Du, willst du etwas essen? I have fun, Chief. I have fun, Chief. Hä? Der Check gibt's nicht. Wer hat dir das geschrieben? Ja, du, Konsole zu ich privat. I have fun, Chief. I have fun. Ja, hast du jetzt drei Lohren? I have fun. I have fun, too. Oder so. Hast du in deinem Menü und da drei Lohren? Oder so? Ah ja, voll! Haha, schau dir also an! Nein, warte mal, was ist der nächste? Er hat es mal geschrieben. Okay, jetzt kannst du uns, kannst du mir reinigen und... Ist gut. Am anderen reinigen. Warte schnell, ich wirf's nur schnell da oben. Nein, warte nicht! Er gibt uns da nicht mehr. Oh, oh! Ich kann meine. Schaffe ich's? Nein, meine noch nicht. Schaffe ich's bis ganz oben? Du bist deine Dattel. Warte. Ah, schau da jetzt an. Wo ist meine Dattel? Wo ist meine Dattel? Nein, da muss ich nur schnell da oben. Sonst warte. Scheisse, Scheisse, Scheisse! Ja, wir lassen das gescheit. Alter, du nicht um! Was ist da in der Kette? Hallo? Du, also ich weiss nicht was du hast, aber ich hab's irgendwie hochgeschafft. Hä? Warte. Ja, genau. Ist ja schwierig. Du kannst gleich mal hochlaufen, also. So, oh... Die Schafe sind zu Wasser. Wo geht's hier? Oh, ich bin echt ein Hild. Scheisse, ich bin egal. Ja, nirgendwo da. Ah ja. Tschüss! Also, nein! Fuck, fuck, nein, 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 nein. Ich spreche ihn gerade da unten. 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 Kann man da richtig aus dem Glas ausbrechen? Da unten ist eh gerade Wasser. Ich will da runter droppen. So. Ich will da runter droppen. Ich will da runter droppen. Ich will da mit Melo weiter. Also mach. Warte schon. Ja, hast du oben irgendwo noch Glas? Nein, ich buddel mich hier in den Dreck. Aha, ja. Also, ich bin aus dem Lift rausgegangen. Es geht viel schneller. Ich bin alles, um einfach nachher wieder schön zusammen. Wo fliegt er? Da hinten komme ich raus. Ja, Optifern. Ah, ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Ja, ich sehe ihn auch. Jetzt, bis wir es hier fast aufnähren könnten, ich könnte es so zuschauen, wie die Abenteuerung ist. Komm. Hey, Körtchen, komm. Oh, scheisse. Ich komme. Ui. Da ist also knapp gewesen, du hui. Jeder, aber noch zwei Erden. Musst du ihm vielleicht zeigen, ich habe ihm zwei Erden, du bist ein bisschen. Der war ja schon lange nicht mehr online. Ah. Dann macht sie nichts. So. Also, gehen wir mal zum Spahn und dann mit Lore nach Hause. Mhm. Also, was heißt? Dann bauen wir einen Bau, Didi, du. Was hast du da so geplant? Ich bin ja ein richtiger Bauarchitekt, also. Haha.